Die Brände rund um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl sind nach Angaben ukrainischer Behörden weitgehend gelöscht. Es gebe kein offenes Feuer, lediglich einzelne Glutherde, teilte der Katastrophenschutz mit. Ein Übergreifen der Flammen auf das ehemalige Kraftwerksgelände und gelagerte radioaktive Abfälle sei verhindert worden. Die Bevölkerung war den offiziellen Meldungen gegenüber zuletzt misstrauisch, da es widersprüchliche Aussagen zu den Löscharbeiten gab. Untertitelung des ZDF, 2020